Hast du schon einmal vom Astra Trainingsgerät für Luftführung für uns Blechbläser gehört? Nein? Dann bleib jetzt dran, denn hier erfährst du, was es damit auf sich hat und wie du damit trainieren kannst. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video rund ums Trompete spielen. Mein Name ist Nico von Nikolajkamp Trompetentraining. Ich bin immer auf der Suche nach neuen Gerätschaften zum Trainieren von Luftführung Ansatz für eben unser Trompete spielen. Dementsprechend habe ich mir den auch besorgt und habe angefangen auch damit zu trainieren. Eine Woche jetzt und ich muss ehrlich sagen, ich bin begeistert und kann dieses Gerät jetzt schon wirklich nur wärmstens empfehlen. Aber jetzt gehen wir ins Detail. Ich zeige euch ganz genau, wie man damit trainiert. Also wir haben letztendlich zwei Teile, dieses pfeifenähnliche hier vorne und dann diesen Käfig. In diesem Käfig fliegen Styroporkugeln, das heißt das hier ist die kleinste und leichteste. Dort ist das Training natürlich dann dementsprechend auch leicht und letztendlich geht es dann darum, dass man sozusagen sein Training intensiviert, nämlich mit den unterschiedlichen Farben. Das ist Stufe 2, dann haben wir hier Stufe 3 und Stufe 4 zum Trainieren mit dem Astra. Aber ganz am Anfang natürlich immer mit der leichtesten Stufe, das heißt die weiße kleine Styroporkugel. Dann stecke ich diese Pfeife zum Käfig dazu, das heißt diese Styroporkugel kann uns nicht mehr abhauen. Und vorne beim Astra kommt dann unser Mundstück drauf. Den gibt es übrigens für alle Instrumente der Blechbläser-Kategorie, also von Tuba bis zur Trompete, Hochwaldhorn und so weiter und so fort. Also für jedes Blechblasinstrument gibt es das eigene Trainingsgerät. Anfänglich probieren wir jetzt erstmal diese Styroporkugel ins Fliegen zu bekommen. Das heißt ich puste Luft durch mein Mundstück ohne Buzzington. Und je nach Geschwindigkeit der Luft fliegt diese Styroporkugel eben höher oder eben nicht höher. Und jetzt kommt es natürlich darauf an, dass ich mit meinem Buzzington dementsprechend auch diese Kugel zum Fliegen bekomme. Sollte ich zum Beispiel ganz vorsichtig nur reinbussen, hebt sich diese Kugel natürlich dementsprechend nur leicht. Ziel ist es, dass diese Kugel, sagen wir mal, im mittleren Bereich von diesem Astra, von diesem Käfig, fliegt. Und natürlich kann ich dementsprechend, indem ich den Luftdruck erhöhe, das heißt die Luftgeschwindigkeit erhöhe, diese Kugel auch schneller bzw. höher fliegen lassen. Los geht's! Und man merkt ganz deutlich, wie das Zwerchfell unten eben sich anspannt, die Luft hinaus befördert. Und ihr habt auch gesehen, die Kugel fliegt dann dementsprechend höher. Um das Ganze jetzt zu intensivieren, wie gerade eben schon gesagt, baue ich jetzt die Stufe 2, Stufe 3, Stufe 4 dann letztendlich dazu und habe dann letztendlich für meine Bassingübung, für meine Luftführung bzw. auch für das Gefühl des Luftdrucks und gleichzeitig auch das Ansatztraining, das heißt das Muskeltraining, automatisch ein gutes Gerät. Erstens mal, weil es natürlich Spaß macht, die Kugel fliegen zu lassen. Und ich kann auch jederzeit visualisieren, wie hoch fliegt denn diese Kugel. Also dementsprechend habe ich verschiedenste Faktoren, die mich bei meinem Trompete-Spielen weiterbringen. Ich mache diese Übung immer zum Warm-Up, das heißt ich mache erstmal anfänglich ein paar Bassingtöne auf dem Buzzer oder auf dem Mundstück, je nachdem, was ich gerade eben dabei habe. Und um das Ganze noch eine Schippe zu intensivieren, nehme ich ab sofort den Astra dazu, weil es einfach Spaß macht. Ich habe es die Woche auch mit meinen Schülern ausprobiert. Und der große Effekt kam immer dann, sobald sie das Mundstück auf die Trompete gesetzt haben und, sagen wir mal, zum Start einfach mal in G1 ausgehalten haben oder ein tiefes C und so weiter. Jeder meiner Schüler hat gesagt, das geht total leicht jetzt. Und der positive klangliche Effekt war, der Ton war von vornherein stabil, rund. Das heißt, wir haben eine unglaublich starke Verbesserung in Sachen Klangqualität. Man muss etwas aufpassen, dass man nicht zu brutal mit dem Astra trainiert, denn dementsprechend übertrage ich natürlich das auch auf mein Trompetespiel. Und dementsprechend wird der Klang dann auch forciert, brutaler bzw. unglaublich laut einfach. Also ein sehr, sehr gutes Trainingsgerät, wenn man es vernünftig macht und vor allem Schritt für Schritt aufbaut. Das heißt man wirklich, egal ob man schon seit 30 Jahren Trompetespiel studiert hat oder nicht studiert hat, man fängt mit der kleinsten Kugel an, geht weich an die Sache ran, lässt die Luft fließen und holt sich erstmal das Feedback eben über diese Visualisierung, wie hoch schwebt die Kugel, schwebt sie überhaupt und so weiter und so fort. Intensiviere das, indem ich die Kugel zum Beispiel höher fliegen lasse, merke auch automatisch, wie das Zwerchfell arbeitet. Also da eine Bewusstmachung von dieser Zwerchfellmuskulatur ist mit dem Astra ohne weiteres möglich. Super Sache. Und dann starte ich letztendlich dann mit dem Trompetespiel und schaue dementsprechend und höre auch, was hat sich denn durch das Astra-Training für mein Trompetenspiel verbessert. Das mache ich dann eine Zeit lang. Ich habe immer so als Zeitfenster einen Monat. Und wenn ich jetzt diesen Monat geschafft habe und positive Effekte verspürt habe, dann auf Stufe 2 wechseln. Natürlich kann man jetzt, wenn man ein paar Schüler unterrichtet, da jederzeit natürlich auch experimentieren und den einen oder anderen, der zum Beispiel sehr verhalten und leise spielt, anhand von diesem spielerischen Erfahren von Zwerchfellmuskulatur, Luftführung, Lautstärke und dann das Übertragen aufs Instrument etwas aus der Defensive locken und dementsprechend natürlich klanglich positive Eigenschaften mit dem Astra fördern. Es ist natürlich nicht das Allheilmittel, das ist schon ganz klar. Allerdings kann man sein Trompetespiel auf spielerische Art und Weise mit diesem Astra eben verbessern. Wo du diesen Astra herbekommst, das verlinke ich dir unten in der Videobeschreibung. Wenn du das ausprobierst, also das Gerät kostet 13,90 Euro aktuell, also ist keine große finanzielle Aufwendung. Und das Positive, was ich immer empfinde, ist, wenn ein Produkt komplett aus Holz gebaut ist, wie beim Buzzer auch, dieser Astra auch komplett aus Holz, das finde ich immer eine super Sache, Natur halt. Also was zum Anfassen und Material, was letztendlich lebt und was man auch dann pflegen muss und so weiter und so fort, eine schöne Sache. Wenn du dir das Gerät anschaffst, wie gesagt, unten in der Videobeschreibung findest du den Link dazu und schreib vor allem in die Kommentare, wie die Auswirkungen auf dein Spiel, auf deinem Blechblasinstrument sind. Das interessiert mich wirklich brennend. Ansonsten lass am Ende von diesem Video noch ein Like und ein Abo da, das freut mich immer ganz besonders. Wir sehen uns nächste Woche zu einem neuen Video rund ums Trompettespielen. Bis dahin, ciao, euer Nico. Bis dahin, ciao, euer Nico.